hallo leute und herzlich willkommen bei rocket racing mit mir das tony und mit benny wir zwei beide starten noch mal heute noch mal ich habe drei vier runden machen wir durch gucken wir mal wieder heute läuft gestern war ja nicht so toll gestern war richtig scheiße gerade die letzte strecke das war insane für den arsch ich guck mal jetzt auch fängt schon geil an aber ist egal wird nur besser jetzt wenn die strecke ist egal ich kann ruhig mal gegen die bande hauen das ist dort ist unsere strecke eigentlich das ist die ja ich weiß das ist auch unsere strecke aber da ist auch noch zwei andere ja ja noch wurde jetzt gut der drift meiner der war ein bisschen zu weit innen ja weiß aber wir holen die gleiche ein und zwar jetzt also ein bisschen und dann müssen wir ja auch gleich noch überholen viel zu weit gedriftet ich bin zu spät geboostet was ich war zweiter ich bin zu spät geboostet aber eigentlich zweiter so laut im bild weiter und dann kommen mikro so wenig da kannst du wieder gar nicht nach gucken das ist schon krank das sind nicht mal 0,1 sekunden gewesen junge junge bei mir ging das auch wieder richtig in der letzte trifft oben bei der pyramide dem will er da manchmal dann rutscht er so weit weil dann rutschte einfach nur noch der will einfach gar nicht mehr aus dem trifft raus ich glaube wenn du noch mal viereck drückt dann kannst du ihm glaube ich zwingen daraus zu gehen das kann gut sein das müsste ich mal wissen dass er dann geradeaus weiterfährt meinst du aus dem trifft rausgelegt oder ausschießt ja das wäre ja geil das muss man ausprobieren dann komme ich aus den kurven ja viel besser raus und rutschte auch nicht so weit nach außen und dann fährt halt direkt dann straight das wäre neusten ja das muss man ausprobieren das ist ein guter tipp da mal drauf zu drücken wenn das funktioniert dann werden meine kurven ab sofort besser das ist unsere strecke das hier aber safe einhundertprozentig einhundertprozentig Einer boostet hier schon. Okay, habe ich noch nicht genutzt. Noch nicht. Der nutzt seinen zweiten schon. Jetzt nutze ich meinen ersten. Ich bin auf dem Dach gelandet oder so. Oh nein, ich bin langsamer geworden. Das war nicht gut. Letzte Runde. Ja. Bin auf Position 2. Ich habe gleich drei Boosts voll. Ja, der dritte ist voll. Erster? Erster. Dritter. Gerade noch. Gerade noch an ihm vorbeigeslidet. Oh, Junge, 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 Junge. Alter, guck dir die ersten drei, vier mal an. Alter. Ja, das ist eine Sekunde. Eine halbe ist das nur. Das ist eine halbe Sekunde zwischen 1 zu 3. Ja, zwischen 1 und 3, ja. Das stimmt. Den habe ich gerade noch so überholt. Was ist das denn da schon wieder für ein Charakter, ey? Na, Moch, ey. Was? Im Season Pass war die ruhig drin, ne? Nö. Benni ist immer jemand anderes. Aber er ist fast 1 und 2 geworden hier. Ja. Wollen wir mal gucken. Es hat ja nicht mehr gefällt. Das ist. Ich bin mal gespannt, ob hier gleich nochmal eine Tunnel-Map kommt. Ich hoffe von nicht. Ich sehe das klar aus. Oh, nein. Ja, ja. Ja, siehst du, Tunnel? Oh, no. Bloß nicht rückwärts fahren, ey. Einmal zu viel am Driften, dann regst du dich da in der Runde und dann bist du auch noch kreuz und quer rückwärts fahren und die Karre hält nicht an. Das ist echt, also, das ist schon wirklich richtig schlecht, ne? Wenn die Karre nicht anhält und entgegengesetzt schnell weiterfährt. Ja, in der letzten Folge bin ich auch entgegengesetzt gefahren und habe ein paar Checkpoints nochmal durchlöchert. Ach, ich bin die Web sowas von falsch gefahren, wie es nur ging, glaube ich. Das war ein insaneer Fail, dass ich nicht letzter war. Ich war nur zehntel von zwölf. Und bin ich mal ins Ziel gekommen. Es gibt immer welche, die schlechter sind wie du. Ja, Gott sei Dank. So, wieder Dreistatt. Oh, nein. Oh, nee, nicht Dreistatt. Oh, Mann. Oh, nee, jetzt hat er meinen Boost nicht gezählt, weil ich nicht aus dem Drift rauskam. Hier gibt es noch zu wenig zum Driften, ne? Ja, scheiße. Zweiter oder so. Oh, du bist bei mir. Alter, was triffst du so hart in die enge Kurve? Oder hast du das bei dir nicht gemacht? Nö. Bei mir bist du in der Mitte an die Wande gefahren und hast mich dahin gedrückt, ey. Ich habe mir aber schon fast gedacht, dass du das nicht gemacht hast. Jetzt ziehen wir den Drift einfach mal durch. So. Letzte Runde. Na, komm, nochmal bouncen. Nein, hat den Drift ja nicht gemacht. Oh, nein. Ah, war ich selber schuld. Oh, nein. Oh, ja, habe ich weggedrückt. Ich konnte den Boost nicht mitnehmen. Das ist alles sehr schlecht, was hier jetzt gerade ist. Na ja, wenigstens zwei da. Nee, dritter, was? Die Zahl springt auch immer hin und her. Sechster? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Und, wann, wann, wann bin ich denn Sechster geworden? Oh, nee, wie knapp das war. Alter. Sechster vor einer halben Sekunde. Wenn du schlechteren Rang bist, bist du echt weniger Punkte, muss ich sagen. Ja, ja. Crazy. Bei mir stand eine 2 zum Schluss und dann geht die weg und kommt eine 3. Super. Ja. Scheiße. Was machen wir da? Tunnelstrecke fahren? Oh, nee. Ich will das nicht, dass eine Tunnelstrecke kommt. Obwohl, eigentlich schockt das hier, ne? Aber, ey, ich sehe mich schon wieder, ich war einmal entgegengesetzt. Ist egal. Spaß ist dabei. Ich bin mal gespannt, ob wir hin oder auf Champignon kommen. Ja, das zieht sich, glaube ich, ein bisschen, ne? Schon ein bisschen mehr. Ja. Ja, das dauert, das dauert, ja. Da kommt ja noch Platin, ne? Und dann kommt Champignon oder was kommt da noch? Elite oder so, Champion, gibt es da Champion überhaupt? Ja, aber ich weiß nicht, ob Elite, Champion und dann gab es noch irgendwie den 8. Rang. Oberelite oder so? Oberelite. Keine Ahnung. König. Königselite. Ja, irgendwie so, glaube ich, ne? Nee, nein, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon, ne? Das wird immer ein bisschen härter teilweise. Welche Map kommt denn jetzt? Du kannst die Stolz hoch und die Einstellung anpassen. Hase. Ach ja, Haze gab es noch, ne? Oder halt Hase. Ich glaube, Hase. Ist deutsch. Ja, man muss deutsch sein, alles. Dann heißt das Hase. Wie kann man denn eine Strecke Hase nennen? Weil die immer Hoppla Hopp macht. Weil das so eine Hoppelstrecke ist. Ach so, ist das eine Hoppelstrecke. Kann ich meine Federung noch einstellen? Mein Fahrwerk, meine Reifen und Traktion. Eventuell noch Differenzial. Traktor? Traktor. Nee, Traktion. Traktor. Ja, wäre auch nicht schlecht. Traktor hier. Traktor hier. Traktor hier. Traktor hier. Tuff, tuff. Oh, was ist hier denn los? Mit der Ladezeit stimmt was nicht. Das dauert so lange, so lange, lange, lange. Das ist aber bei Rocket League angenehmer. Da geht es schneller. Ja, manchmal, meistens. Ja, manchmal, meistens. Komm, er wische eine Strecke. Das zieht sich aber auch mit den Ladezeiten, ne? Ich sag's dir. Und ich sag's dir. Warum ist auch hier? Ist das Haze? Nee, Anaconda. So. Oh, shit. Ah ja, da, Anaconda. Stimmt, ja, stimmt. Kennen wir, ja, die kennen wir. Jetzt aber, Benni. Come on. Easy Snack. Oh, viel zu viel. Benni, bist du hinter mir? Nee. Nee, ich bin auf 3, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 2. Okay. Alter, die Karre wird, umso mehr du driftest, ist das tatsächlich viel langsamer. Der hat mich jetzt richtig abgezogen hier. Oh Gott. Da bist du. Oh, das war richtig mies. Also ich wüsste gerne, ob Platz 1 ist. Der ist ja richtig weit weg. Ja, wahr. Alter. Ey, der kann doch nicht so weit weg sein jetzt. Wieso nimmt er denn jetzt den Boost nicht endlich? Ich habe immer noch einen Boost über gehabt, ey. Jesus, ich konnte meine Boost gar nicht einsetzen, hätte ich mal eher einsetzen müssen. Ja, ja. Ja, sechs Sekunden vor mir, Alter, was? Ja, 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 auch der schon wieder. Äh, ja, ich habe den hatten wir ja schon mal in der Runde. Okay. Okay. Und, äh, ich zünde ein Boost immer schon mal oben bei der Pyramide, ne? Ja, genau, das mache ich auch. Kannst du schon fast zwei zünden da vorher, wenn du rausgehst, zack, 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 und dann nochmal einen hinterher, damit durch die Scheiß ersten Kurven dann auch wieder mit Geschwindigkeit durchkommst, ne? Ja, ja. Einen letzten noch? Einen letzten noch, und dann ist auch Schluss für heute. Der ist auch Schluss für heute. sechs sekunden schon oder 55 sekunden ja und ich habe versucht zu drücken wir nehmen kurven um aus dem busen trifft rauszukommen funktioniert nicht du musst vielleicht vierkund die andere richtungstaste drücken das könnte man noch ausprobieren um aus dem kopf zu kommen ja wo ich das auch noch ich will zu meinem auto und da ist der benni wir haben selber lackierung bloß ist orange auch hat gas ja ja okay so letzte runde da werden jetzt platz eins und zwei belegen wir geben alles wir geben alles dafür kein tunnel oder hoffentlich nicht aus 47 prozent das ja nix hier an der wand kann ich nicht lang fahren hier wollte ich gar nicht mal egal wo du auch bist und nicht die richtung ist okay auch schon verkackt also ich habe ein booster oben noch gezündet springen die denn da jesus gewinnt hatten ich meine runde meine glaube ich auch nicht ich habe auch kein boost mehr und ich bin sechster jetzt wollen mich schon wieder ich krieg diesen einen scheiß sprung über das wasser nicht hin ach nein nicht cool so ich spare mal den boost für die letzte runde jetzt gleich über dem tunnel geht es auch weiter holy moly letzte runde gleich unseren dritten boost voll den nennen wir jetzt hier gleich beim flug da haben wir gut überbrückt gut was wieder eingeholt hier jetzt müssen wir den bruder jetzt noch einigermaßen voll zu kriegen oder ganz voll können wir hier noch zünden dann gehen wir oben auf den tunnel drauf gucken ob da was ist hier ist natürlich nichts nicht gut ich bin schrott ich habe mich in den tod geboostet ich dachte das klappt das war eigentlich gar nicht so schlecht alles aber ich habe es verkackt jetzt habe ich kein boost mehr als würde ich zehnter oder neunter scheiße war das dumm alles weggeschmissen ich hätte den boost vielleicht eher nutzen sollen dann noch durchzukommen benni elfter und ja und eine bekannte strecke da haben wir richtig reingeschissen aber da kannst du auch reingeschissen und zu machen hat reingeschissen ja man gut leute für den buch ne da gehen wir ins hauptmenü zurück in die lobby ja für den buch schämen wir uns heute noch ein bisschen wir sagen trotzdem ich habe noch ein paar sachen freigeschaltet christian alvers ja hier ist musik leute danke fürs zusehen bis zum nächsten mal haut rein lasst gerne ein like da und tschau tschau tschüss